So, und damit seid gerüßt. Willkommen zu einem neuen Letztest. Wir spielen heute eine Demo-Version im Prolog, kostenlosen Prolog. Ein Spiel das schon auf Twitch und auch auf YouTube sehr viel Beliebtheit und sehr viel Bekantheit gewonnen hat. Wir spielen den Supermarket Simulator, Supermarket Simulator, der Prolog. Mal schauen, wie es mir heute gefällt. Vielleicht eines fernen Tages. Spielen wir mal die Folge der Sohn. Mal gucken. Start mal neues Spiel. Ja, spielt ja irgendwie gerade jeder. Also, warum ich nicht. Auf geht's in das Spiel. Start. Welcome to Supermarket Simulator, Prolog. You can play the beginning of the full game here. Start by purchasing goods to sell and place them on the shelves. Don't forget to set the prices with profits to await bankrupt. Wir werden sowas von, wir werden sowas von, aber sowas von, ich habe auch noch niemanden gesehen, der den Storage hat. Ähm, ja, unser kleiner bescheidener Laden, hier am Anfang. Ich bin mal gespannt, wie lange wir das aushalten. Das ist so wichtig, können wir Sachen aussuchen, ähm, einsuchen und bestellen. Eier haben wir hier schon, relativ früh. Serialien, also Cornflakes, Müsli, Schokoflakes, sliced bread, also Toastbrot, Mehl, Öl und Pasta, Nudeln. Okay. Dann wird man erst mal von jedem eins bestellen. Das war glaube ich von Anfang mal gar nicht so verkehrt. Oh, ich habe kein Geld. Äh, dann, ich kann nicht alles kaufen. Wie viel Platz haben wir denn im Regal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8. Ja, da können wir vorher machen. So, was nehmen wir denn nicht mit, ähm, soweit ich weiß, die müssen eh gekühlt werden. Also, muss ich die mal, die Bioeuer, ist immer noch zu teuer. Ich kann mir nichts leisten. Das ist am Anfang fantastisch. Ich kann nicht so gut sein, müsste ich sowieso nichts anfangen können. Das kann ich mir leisten, oder nicht? Ich hoffe, ich bekomme jetzt mit den Grundelementen nicht zurecht. Ich habe noch 100 Euro. Oh, okay. Ähm. Was ist dafür zu blöd? Okay, dann gibt es noch den Öl. Schokopick. Pasta Brut. Das ist mir zu teuer. Es gibt, wie jeder zum Anfang macht, es gibt Brutmugeln. Wenn wir nun als Brutmugeln. Okay, wir muggeln. Okay, einmal die Tonne werfen. Noch mehr Nudeln. Man kann schön einrollen, bevor die Kunden kommen. Das habe ich schon aus dem Let's Play gesehen. Ganz weiß ich schon. Mal Brut. Zweite Etage. 5. 5. Gut. Das ist Klassiker. So Preise festlegen. Ok. Machtpreist 4. 17. Da machen wir. 4. da war ein 155 von anfang das brot müssen den marktpreis ein bisschen gebieten haben wir zwei daraus ein bisschen klein bin ich profiter man kommt du bist ein bisschen mehr profit machen wir haben die exakt die 17 dürfen macht irgendwann kann man dann überbieten da muss ich wieder fliegt wechsel geht ausgenehmend sowas zur unrunde zahlen vielleicht ein problem mit 238 über die kusten decken können sodass kunde ist kunden verzeihung und ein bisschen nubeln da was gilt 166 wird mir zum glück angezeigt muss nicht ausrechnen 1 und ach so ja 66 hier bitte take money back ich habe gemacht hier sie können 66 Ich bin noch brav und kleines kennen Jetzt 45 euro zurück 24 cent Ich bin noch nicht so schnell Ich bin gerade erst am Anfang Verzeiht es mir 83 cent 50 Oh ich kann nicht zählen 60, 70, 80 So Dann für den entkauf Können sie gerne wieder Ein kunde Passend gegeben Sehr schön Das man am liebsten Sehr egal Sind noch Da ist noch was drin Zweimal Brot 95 Wex geht 50 50 90 95 24 25 Schönen Tag Kommt sie gerne wieder Ich brauche Kunden Ich darf es nicht verkaueln Obwohl die hier kann man sowieso nicht verkaueln Das ist nicht dafür programmiert Ob wir später schon Man bestimmte Produkte nicht hat Die wünschen dich immer sehr viel Von 25 Aha Ah Passt Sehr schön Muss nicht wechseln Das muss man hier nicht Das Ich noch ausrechnen müsste Was da wechseln Ich denke das wäre Es macht hier dann kein spaß mehr Ein bisschen rot für den herren Passend Sehr schön Was haben wir denn hier Unser zehnte kunde Willkommen Willkommen Ah Lecker Nudelbrot 90 Cent Wie bitteschön Passt Sehr schön Auch Wechseln Wenn wir Moodle Vom Monat Ich wechsel die jetzt Ist der eben für 90 Stück so gut. Uh oh. Verlust gemacht, Shit, mit Kartezeichen geht noch nicht, wie es ausschaut, 202, oh Gott, ok, machen wir mal wieder, 24, nicht 25, das hätten wir mal, ach, fast, sehr schön, also 15 Sekunden habe ich das richtig sehen, 1,90, 90, ist so, nicht schön, schönen Tag noch, und ich habe hier wieder 100 benutzen, oh, das Regal wird langsam leer, da haben wir nichts mehr zum einkaufen, muss nachführen, 1,66, sehr schön, geht alles zu Neiger, ich hoffe, die Grünen gekommen haben noch nicht, 12,87, wollen Sie zwickse gilt, so würden Sie kriegen, 8,6, Bitteschön, können Sie gerne wieder und nichts zu euch anmachen, ich habe natürlich besser für die Kunden, und 15 wechselt, mit fast den 50er gezückt, passen zurück, Oh, alles leer gekauft hier, und Brot ist alle, das ist nicht gut, können nur noch ohne gekauft werden, wenn 40 Cent Wechsel geht, wird mal rein, Brot ist leider aus, das andere glaube ich scheinbar auch gerade, Sie haben wohl das letzte gekauft, 51, meine Kasse, 66 noch jung ist leer müssen schließen und hier müssen einkaufen ich setzte uns mal auf die liste es geht vier stück und nur wenn es geht die stück 137 uhr ja dafür verkaufen dass man das stück durch die anderen machen es kostet denn am wenigsten anderen was da drohend mehr könnten noch ein bisschen dazunehmen viel stück ist wundert oder so viel haben wir noch nicht das noch nicht jeder machen wir erst mal gucken weiß man nur die brot tageskosten den expenses ja ich weiß 168 jetzt muss das noch letzten jahr können war leider brot müssen wir mal wieder von gehen heute oha und ich hätte es eine andere geile gemacht oder noch mal hier ein brot und ein nur da hier kommt das hin ja den storage habe ich noch nie jemanden im stream kaufen benutzen sehen es wird immer irgendwo die abgestellte kisten preis muss man anpassen sind und nein ein sortiert jetzt daraus nehmen ja hier sehr schön da oben ich will mal die umbesichtigkeit bewahren sind bewohnt so muss es in eine kiste hier behalten und geht um sortieren müssen schon der tag kurz draußen weit können wir spazieren das ist sowieso eine sarkasse schön mit dem mussten sagt dass sie im vollen spiel ist glaube ich eine straße durch die man wandern kann und darauf zu müssen dann mal in der noch machen es hat preis anpassen hier 17 ich guck mal was passiert wenn man so den laden über das müssen man passt das wollen wir drüber gehen vorsichtig die 30 mal machen ein bisschen drüber und was dann kommt uns von kohlen ein bisschen über marktpreis sind ja sehr speziell das gebiet das ist ein bisschen da können wir mal ganz frech drei draußen hier sind das ist halt so das ist angebot nachfragen und weiß bescheid das ist dann und ja ich muss sie erstmal dann werden nicht weniger kunden kommen sie rein kommt rein super angebote hier uns zum guten preis ein bisschen marktpreis kommen sie kommen sie mal sehen doch nach jemandem aus der sind gut ich würde das sehr fern für angepasst das nur der brot schlisten können das ist zu der expanse war okay das ist am laufenden an wenn das den feinen herrn wird und so sondern die studenten sagen sekunde es wird hier nicht verkauft dann machen wir mal zwei 60 60 mit ja gut kaufen können ja da wird sehr schön 70 cent ok zu frech das ding 30 wir müssen kaufen das heißt müssen noch ein bisschen umfassen so machen wir ja 250 als muss dann aber gehen ein bisschen gewinnen wollen wir machen hier die 30 und 250 das ist ja schon da haben sie auch unser leckeres brot wird im angebot für 250 passend kürzes produkt letztens kennen wir wahrscheinlich nicht leisten kann ich das produkte lizenzen ja dann sofort da sind alle fähren hier schauen sie mich auch auf amazon nach das mache ich jetzt hier mal 96 euro verschenkt für schöne kunden hier heute der rabatt und wird nicht so gekauft das ist da muss ich da ja ich gehe noch ein bisschen unter zwei punkte er hat sich das mit mir vorhanden zu 40 verkaufen das boot scheint zu sein der preis ist heute im angebot für 42 50 und 60 Da müssen wir mal gucken, wo gibt es die Lizenzen, Furniture, Tax, Management, Lizenzen, Startup, hier gibt es die, Sekunde, 50, warten Sie kurz, 100, 25 können Sie sich mal leisten, obwohl wir uns noch nicht alles leisten können, 45, ich brauche schon ein bisschen Geld verschenkt, 39, hier zum Beispiel, ja den 1 Dollar gibt es, Steuer zurück, keine Ahnung, Lizenzen, ja eine Sekunde, oh ich habe mal einen Kaffee, ich kann es momentan sowieso noch nicht gut leisten, wenn ich hier nicht noch was verdiene, wenn ich die Unkosten nicht sparen, nicht bezahlen, kaufen Sie bitte, Klingeln da gekauft, müssen die Kunden ein Boot kaufen, ich glaube ich müsste nochmal ein bisschen Licht an, für uns so schön Kunden hier, alle super schön, keine Frage, können die hier einkaufen, alle wunderhübsch, wie hübsch ist die, auch was niemand her, 60, kaufen Sie mal schönes Brot, schönes Brot für schöne Leute, 90, 90, 20, 60, so, wo war es das heute, dürfen wir noch ein paar Kunden kriegen, verdammt, das kommt jetzt keiner mehr, ah doch da kommt noch einer, kommen Sie rein, kommen Sie rein, kommen Sie rein, kommen Sie rein, wir haben noch Brot am Angebot, das rein sind stimmt's, erstmal muss ich hier, Brot, das muss gehen, der Rest, noch Geld über das, sorry, kein Verspätung, 47, 40, 60, dann für den Kauf, kommen Sie gerne wieder, jetzt, kommen Sie danach natürlich länger offen, Nachtverkauf, Späti, wir öffnen ein Späti, der Superprodukt Späti, kommen Sie rein, kommen Sie rein, ich fürchte, das wird nichts mehr, von was haben wir denn, Brot, haben wir noch ein bisschen über, wir haben da ein bisschen weniger Brot, es wurde nicht so gekauft, und dann machen wir eins, ich müsste reichen, und dafür noch was anderes dazu packen, was haben wir denn hier, Milch, Kuchen, kaufen, wenn Sie sich kein Brot leisten können, sondern Sie sich Kuchen kaufen, hier, shit, so passt das, post after 9pm, ok, dann können wir uns wahrscheinlich dann mit nach dem, den kostenlich leisten, aber schauen wir mal, schauen wir mal, 103 haben wir, verkaufen wir das, das müssen wir aber verdienen, haben wir von Furniture sein, kochen, und dann noch was, und dann noch was, noch ein bisschen brot hat ein bisschen weniger brot wenn man gut kaufen und heute 35 ist der marktpreis immer auf 3 10 ganz fröhlich es hat das brot nicht leisten kann hat ein bisschen auf mir das hat ein bisschen gucken man ist der preis doch ja das nur ein bisschen drüben immer ganz vorsichtig um zu 50 hier sitzen ja okay versuchen was ist doch nicht machen das tolle beträgt noch nicht mehr kommen sie rein für ihre preise für ihre angebote so sein schön dicker boot ich habe noch gar nichts denken das ist das da das haben wir noch produkt gekauft können erst mal das verkaufen ich weiß im tutorial steht erst mal für chef wir wollen einen platz im regal kriegen wir sind rot mit ein bisschen kuchen zum nachtisch er hat einfach wieder ab das ist doch kuchen kaufen an das extrem angebot auch gemacht sich 30 88 30 13 exigiert passend sehr schön ich mag kunden die passend geld geben das verkauft so ist es eine hat sich schon beschwert und das rausgegangen aber das ist das ist halt dann soll es halt woanders einkaufen müssen die preis nicht passen richtig auf amazon vergleichen das ist ja man kauft doch den brot auf amazon so passend fixe geht sehr schön und level 4 jungen 3 eine herrkennig brot ist erkennt dass kuchen brot wieso wählen zwischen kuchen und brot man sich beides leisten kann ein bisschen nur noch dazu und so wollen extra angebot 70 cent jetzt war wechselt oben ist sehr beliebt ja ich möchte heute steckst du nachtisch zum kaffee nachmittags weil sie reinkommen zu einkommen die einen lecker kuchen heute neue 83 da kommt doch noch nicht getrennen leider 70 sind das licht ist nicht zu muss man den tag ausmachen nicht das geht es natürlich es ist da muss geschützt werden dann gehen sie doch woanders einkaufen meine fresse das ist zu teuer ich habe mich auch nicht dank jedem kunden nicht jedem kunden alles recht machen das ist ja das kommt es noch mit dem kunden hier müssen wir nicht für jeden bitten das verkauft sich doch kuchen das brot den weg wie heißt er sammeln kann fast ein bisschen teurer machen das brot geht auch weg die brücke geschnitten brot große hinkauf heute hier 19 60 19 lassen es ruhig gehen gehen wir natürlich sekunde warten sie kurz ich mache ihn nicht an damit sie unsere schönen rückte hier sehen können verwandt irgendwie miteinander haben wir ja so vor 95 70 wirklich nicht eingekauft 90 und da schöne kuchen hier die zeit geschenkt kundenbonus wundertste einkäufer oder so 50 50 ich habe nicht gezählt 3 80 weiß nicht ob ich das hauptspiel spielen will ich red mich sowas von selbst wie scheiße irgendwann wenn ich zu viel geld hergebe oh ein kuchen noch da jetzt habe ich Geld in Schleswig schon mal können wir mal noch ein bisschen erstmal beruhmt gut 3 würde ich sagen und es ist ein und ich bin gewohnt wenn man noch Platz zu buchen das können wir uns leisten von einem Klassen das ist mein Tag wenden so wenn uns ja so knapp da sind wir da blank immer straße hier von den autos ich weiß dass du das auch nicht wegpacken wenn wir vor nicht sind nur die der die 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 das ist ein schönes angebot dass du schuss das ist ein schönes angebot das ist ein schönes angebot können dann öffnen aber ein blick auf die u-zeit sagt mir dass dieser das ist letztes enden muss ich habe die preise auch noch nicht angepasst aber egal ich sage danke fürs zuschauen und bis zum nächsten letztest oder vielleicht irgendwann bis zum zum similator kommen sie gerne wieder für den einkauf ciao ciao so 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 so